Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 12.07.2022. Und ja, im asiatischen Raum die Säcke, die haben sich ordentlich Seifecreme auf die Hände geschmiert, ein bisschen Öl, dass es besser flutscht. Und da hat es unserem DAX ja keinen Halt mehr geboten. Und hier direkt nach unten gezogen. Wenn wir das jetzt so betrachten auf der Ebene, muss man natürlich sagen, ja, so schlecht zieht es ja gar nicht aus. Und so hat es sich eigentlich auch im Tagesverlauf gespiegelt. Wir haben schon bemerkenswertes Gap hingestellt bekommen. Also es war jetzt nicht bloß ganz klein und popelig und ist ja nicht, sondern es waren schon ein paar Punkte, die mit einhergingen. Wir haben unten im Tief die 7,75 erreicht. Die kommen uns auch bekannt aus der gestrigen Analyse. Und haben uns dann aber eigentlich über den Tag ziemlich gut gehalten halt. Also man muss auch sagen, dass vom so dominierender Abwärtsdruck mal das Gap außen vor gelassen eigentlich gar nicht da war. Also der ist zwar immer wieder runtergekriegt, aber ist ja vorher auch immer wieder hochgekommen. Also ist eher mehr auf der Stelle getreten. Braucht man die Tageskerze gar nicht angucken. Hier ist er öffnet, da ist es geschlossen. Hier war oben, da war unten. Das ist ein Doji-Punkt. Fertig. So. Und von daher Unsicherheitskerze. Man wartet jetzt erstmal ab. Okay, wie geht es da jetzt weiter? Wie läuft die nächste Asiatische Session? Kegeln sie uns jetzt wieder nach unten tief. Dann würde ich hier die 6, das ist halt immer noch offen dort. Das Gap. 6,60, 6,50 ist eine gute Unterstützung. Die kann noch angelaufen werden, wenn hier Schwäche reinkommt. Und davon haben wir gestern immer wieder gesprochen. Der ist noch nicht über einen BH kalt. Wir haben gestern auch ausführlich darüber gesprochen, dass er grundsätzlich schon noch Abwärtsdruck drin ist. Und der halt echt auffassen muss, wenn er wegdreht, dass er dann nicht wieder nach unten wegverkauft wird. Und ich muss aber sagen, dafür hat er sich schon gut geschlagen. Weil der Aufwärtsdruck, der ist gebrochen. Also der ist gebrochen. Das ist eine Initialbewegung nach unten gewesen. Und über den Tag aber schon recht ruhig auch gewesen. Also hätte mich nicht mal gewundert, wenn er oben noch das Gap zugemacht hätte. Und ja, jetzt muss man gucken, wie kommt der Asiatische, wie kommt hier morgen rein, nachdem in Asien gehandelt wurde. Und sollte der dolle Schwäche reinkommen, auch unter 7,75 würde ich schon erwarten, dass wir dann das Gap hier unten schließen. Und wenn er sich viel Mühe gibt und Lust hat, wenn er wirklich Lust hat, dreht er sich dort dann wieder nach oben. Das wäre eine gute Chance auch, eine gute Stelle für sowas. Dreht er sich hier wieder nach oben und steuert dann das Gap an. Also das ist eine schöne Bewegung, die kommen kann. Und alles, was er dafür machen muss, ist einfach hier eine schöne Drehung reinzugegen. Umkehrsignale, Umkehr, Trend hoch. Auf sowas sollte man da unten in dem Bereich achten. Wenn er dann da oben anschiebt und triggert, schafft das leicht halt dann auch wieder hier in den Gap-Close rein. Kann er ein Doppel-Gap-Close machen, einmal unten, einmal oben und dann wäre der Sack zu. Soweit die Perspektive. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, hier unten ist halt dünnes Eis. Ja, weil tiefere Hochs, der hat zwar hier so ein kleines Zwischenhoch überboten, aber haben wir gestern schon ausführlich besprochen. So richtig raus ist er halt noch nicht. Da muss noch ein bisschen was nachkommen. Und wenn das nämlich nicht hier hält, hier, dann kommt ein tieferes Tief und zwar unter dem. Ja, und das heißt, wenn das dann nicht hält hier in der Unterstützung 6,50, 6,60, dann kann es durchaus sein, dass unser DAX dann in die 3,40 reingetragen wird, in die 2,70, 2,20, 1,80 und so weiter und so fort. Und dann dann unten die nächsten Marken einfach wieder ein Abwärtstrend aufgreift. Von daher würde ich schon ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, das ist so nicht schlimm gewesen. Ich denke mal, wenn der Dienstag das auch gut gehalten bekommt, wenn es vielleicht wieder die 7,75 verteidigen, die 800 verteidigen, vielleicht da nochmal kurz drunter stechen oder so und dann das verteidigen und wieder hochkommen und er macht das Gap dann zu. Ich glaube, dann schafft es auch, ohne das hier noch ein Stückchen weiter zu laufen. Die Ziele sind die gleichen, wie im Vortag, die 13,1,30 insbesondere, aber dann eben auch 2,40, 2,60, das sind wir alles gestern durchgekaut haben, aber muss halt dann auch liefern. Das war nicht liefern. Das war nicht liefern. Wir haben gestern gesagt, unter 8,50 wird es kritisch, weil er kann leicht auf 7,75 und er kann leicht auf 6,60 auch zurückfallen und wir sind unter 8,50 gekommen, sind direkt auf die 7,75 zur Exetereröffnung gestoßen worden und wenn er da jetzt noch drunter gräbt, dann ist 6,60, 6,50 das nächste halt. Und wie gesagt, das ist dünnes Eis da unten dann. Ja, von daher. So, jetzt direkte Prognose gar nicht möglich. Würde jetzt einfach gucken, wie verhält er sich am nächsten Tief oder drückt sich hier hoch. Darf sich auch gerne über 9,20 wieder hochdrücken, dann wäre 13,000. Anlaufstation und 13,130. Aber ja, riecht schon ein bisschen danach wieder. Legen die noch ein bisschen was hinterher. Ja, jetzt gucken wir mal, wie ein Dienstag reinkommt. Ja, von daher würde ich jetzt hier zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Denkt an die Börsentage. Ich werde die Tischbestellung dann auch fertig machen. Also ich möchte halt, wenn ich es euch anbiete, dass wir gemeinsam dann noch an Bord essen gehen, möchte ich. Das wäre halt einfach schade, wenn dann Leute kommen und sagen, hey, ja, wir wollten mit euch hier mitessen. Wo können wir uns denn hinsetzen? Und ich sage dann, ja, sind alle Plätze voll? Und dann sagen die, okay, dann setze ich mich woanders hin. Und dann kommt der Kellner und sagt, tut mir leid, hier ist er ausgebucht. Das wäre halt wirklich schade. Also wenn man den Aufriss auf sich nimmt und nach München kommt, dann würde ich dann deswegen schon ganz gerne noch einfach dann Plätze reservieren im Lokal. Ich hänge euch hier den Beitrag wieder mit rein. Können wir nochmal gucken, wer jetzt gar nicht weiß, wovon ich rede. Alle anderen sollten es ja schon dreimal gehört haben. Aber lasst mich bitte wissen, wenn ihr kommen wollt. Für den Vortag in München ist es auf dem Börsentag, ist es egal. Da habe ich so keinen Einfluss. Aber zum gemeinsamen, ich sage mal, Community-Treffen, Chat-Treffen oder YouTube-Zuhörer-Treffen, keine Ahnung, wie man es denn will, wäre es wirklich ganz gut, wenn ihr vorher Bescheid gebt. Einfach, dass wir ein bisschen im Lokal planen können, wie viel Platz brauchen wir, wie viele Tische, wie viele Stühle und so weiter und so fort. Gut, ich wünsche euch Spaß. Hänge euch hier jetzt noch kurz das Ding rein und dann hören wir uns mal wieder auf. Tschüss.